Eine Zweizimmerwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Berlin. 2003 wurde das Mehrparteienhaus erbaut. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon und eine Einbauküche. Die Wohnfläche der Wohnung liegt in Berlin. Bei ca. 72 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Wohnung beläuft sich auf 1200 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.